Hallo zusammen und herzlich willkommen. 2017 hatte ich so viele Cases im Einsatz wie noch nie zuvor und natürlich auch getestet. Und daher gibt es heute meine persönlichen Top 5 aus dem Jahre 2017. Zu jedem Case, was du heute so siehst, gibt es nochmal weitere Informationen, natürlich auch die einzelnen Testvideos, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit, meine Freunde, legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! Auf Platz Nummer 5 der Coolink AVLTM und für unter 35 Euro das günstigste Case, was ich 2017 vorgestellt habe. Was das Case so besonders macht, sind die zwei Sichtfenster und drei Lüfter ab Werk. Die Front bietet im unteren Bereich ein halbtransparentes Fenster und dahinter setzt einer der rot beleuchteten Lüfter. Das zweite Sichtfenster ist minimal getönt und das in Kombination mit einer LED-Beleuchtung des Innenraums wirkt in der Summe ganz gut. Ab Werk gibt es, wie bereits gesagt, drei Lüfter mit einer roten Beleuchtung und diese lassen sich durch die eingebaute Lüftersteuerung vollständig ein- und ausschalten. Eine Steuerung der Beleuchtung bzw. Geschwindigkeit gibt es nicht. Einziges Manko bei diesem Case ist der fehlende Platz auf der Rückseite, wodurch das Kabelmanagement eine Herausforderung aber definitiv machbar ist und die Qualität ist für den Preis okay, aber mit einer äußeren Hülle aus Plastik muss man sich in dem Fall auch abfinden können. Auf Platz Nummer 4 das BeQuiet Piobase 600. Anfang 2017 auf den Markt geworfen, hatte ich das Case dann letztendlich fünf Monate im Einsatz und innerhalb dieser fünf Monate hat sich mein erster Eindruck zu diesem Case weiterhin gefestigt und rückblickend war es eines der besten Gehäuse, die ich jemals hatte. Seit Mai gibt es das Case ebenfalls mit einem TG-Fenster bzw. auch erhältlich als einzelnes Bauteil und dadurch wirkt das Case insgesamt nochmal eine ganze Ecke geiler. Das Piobase 600 bietet eine Schalldimmung inklusive Lüftersteuerung und den beiden Piowings 2 Lüfter und diese beiden Piowings 2 Lüfter sind insgesamt gute Lüfter, sofern diese mit einer geringen Drehzahl betrieben wären, beispielsweise über die eingebaute Lüftersteuerung. Ein negativer Aspekt ist für mich persönlich die Position der Kabelmanagementlöcher, insbesondere das Loch für das CPU-Stromkabel oder auch die Löcher für die SATA-Kabel, empfinde ich persönlich als nicht ganz so optimal positioniert. Ansonsten ist das Case echt super, die Qualität ist auf einem sehr hohen Niveau und die Monolarität ist ebenfalls vorhanden. Wer sich also ein schlichtes, schallgedämmtes Case mit einer Option für einen TG-Fenster anschaffen möchte, der ist bei dem PB600 genau richtig und mit 70 bis 80 Euro dabei. Auf Platz Nummer 3 das TG01 von Cooltech. Und im Test hatte ich die RGB-Version und die hat insgesamt einen sehr guten Eindruck hinterlassen und das insbesondere für den Preis von 60 Euro macht das Case schon sehr interessant. Das TG01 bietet zwei TG-Fenster und gerade die Gehäusefront sieht mit Hilfe der beleuchteten Lüfter schon mal sehr sexy aus. Die ab Werk installierten RGB-Lüfter sind optisch sehr schön, aber durch die fest installierte Drehzahl bzw. fest vorhandene Drehzahl von 1500 Umdrehungen pro Minute sind die Lüfter für mich persönlich zu laut, denn eine Steuerung ist letztendlich nicht möglich. Ein weiterer negativer Aspekt ist für mich persönlich auch heute immer noch nicht nachvollziehbar. Das Loch für das TPU-Stromkabel ist schlichtweg überflüssig, denn sofern das Mainboard verbaut ist, passt das Kabel nicht mehr durch und damit hat man zwei Optionen. Entweder man ignoriert das Loch gekonnt und zieht das Kabel irgendwie anderweitig in den Innenraum oder das Kabel muss vor dem Mainboard-Einbau rein. Wie auch immer, zu den positiven Aspekten gehören für mich zum Beispiel die allgemeine Qualität, die zwei TG-Fenster, der Platz für das Kabelmanagement und vor allen Dingen auch nicht zuletzt die Netz der Abdeckung. Insgesamt ist das TG01 ein sehr schönes Gehäuse. Wenn ich mich für das Case noch einmal entscheiden müsste, dann fiel meine Wahl auf eine Version mit statisch beleuchteten Lüfter, denn die würde ich einfach später austauschen gegen RGB-Lüfter meiner persönlichen Wahl bzw. Präferenz. Auf Platz Nummer 2, das Silent Base 700 von BeQuite, das teuerste Gehäuse, was ich jemals hatte, qualitativ auf einem unglaublich sehr hohen Niveau. Die Außenhaut ist aus Alu und der Modular-Aufbau ist einfach grandios. Zum Beispiel kann ich den Mainboard-Tray in dessen Position ändern und damit beispielsweise ein invertiertes System bauen. Auch der Rest ist insgesamt supermodular aufgebaut und die Front bietet beispielsweise eine RGB-Beleuchtung und damit ist das Ganze insgesamt wesentlich flexibler aufgebaut als beispielsweise mit einer festen statischen, plastikgestalteten farblichen Gestaltung im Vergleich zu den anderen BeQuite-Cases aus der Vergangenheit. Schalldämmung und TG-Fenster sind ebenfalls am Start und die Seitenwände lassen sich in Kombination mit dem Mainboard-Tray ebenfalls tauschen, von links nach rechts umgekehrt, wie auch immer. Ab Werk gibt es zwei 140er Silent Rings 3 Lüfter, die zu den besten auf dem Markt gehören und eine modulare Netzwerbdeckung ist ebenfalls am Start. Einziger Wermutstropfen ist der Preis, denn mit knapp 190 Euro ist das definitiv kein günstiger Spaß, sondern eher was für Enthusiasten bzw. Freunde von Wasserkühlung bzw. Design-Fetischisten. Dennoch ein sehr geiles Case und eines der schönsten 2017, doch ein Case toppt in meinen Augen alles und das für unter 70 Euro. Last but not least auf Platz Nummer 1 das Fantex Eclipse P300 und das P steht in dem Fall ganz klar für Porno. Das Case ist einfach super sexy und Fantex steht auch hier wieder einmal für Qualität und Ausstattung und auf das P300 trifft auch das wieder einmal zu. Das P300 ist ein sehr kompaktes ATX-Gehäuse mit einem sehr schönen TG-Fenster inklusive RGB-Beleuchtung und das TG-Fenster ist etwas anders als bei anderen Gehäusen, denn das TG-Fenster schließt in dem Fall bündig mit der Netzwerbdeckung ab, was optisch schon mal sehr interessant ist. Der Innenraum ist genauso geil, das Paste-U-Cover ist einfach super clean gehalten und im Innenraum findet sich einfach alles wieder bzw. auch der Platz für größere Hardware. Ab Werk gibt es zwar nur einen Lüfter, aber weitere Lüfter können natürlich auch nachgerüstet werden, einen in der Front empfehle ich zumindest definitiv. Die Rückseite ist einfach ein Traum, Kabelmanagement war noch nie so einfach und trotzdem gibt es auch hier Platz für drei Speichermedien und das Case ist insgesamt sehr clean gestaltet und trotzdem durch das TG-Fenster ein absoluter Blickfang pornomäßig und das in Kombination mit geiler Hardware und dessen Beleuchtung macht das P300 zum besten und geilsten Case für unter 70 Euro in 2017. Ja, in meinen Augen einfach P wie Porno. Ihr merkt schon, ich finde das Case grandios und deswegen wird es auch Teil eines neuen Design-PCs. Wer das nicht verpassen will, der kann sich gerne unserer Community anschließen. Das P300 ist für mich persönlich das Case 2017. 2017 gab es natürlich noch andere Gehäuse, viel mehr Gehäuse, gerade durch die ganzen Bauprojekte, aber nicht jedes Gehäuse habe ich in dem Fall getestet, im Nachhinein oder vorher wie auch immer und deswegen ist das Ganze heute so wie es ist. Von der Reihenfolge, ihr findet dazu nochmal alles in der Videobeschreibung verlinkt und bedenkt einfach mal, dass Case-Videos super auffällig sind. Wenn es also euch gefällt, in dem Fall solche Case-Videos zu sehen, dann zeigt es auch, teilt die Videos und so weiter und so fort. Und ja, Supportersky Mod. Wir sehen uns damit in der nächsten Video-Ausgabe wieder. Die stehen natürlich in den Startlöchern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns damit wieder und ja, bis neulich und genau. Ciao!